Wie ein Regenbogen, fliegelnd nach oben Schaffst du Psychologen, die Dämon, diese Droge Icewater, turn it like it's free, night calling in a phantom Tell them how they don't you panic Hast du, DJ? Hast du? What happened? Der war nach rechts Ein Gegner übrig für mich Was? Also der Stream ging um 10 nach 9 online Digga, ich hab noch niemal meinen Morgenschiss gehabt Der drückt gerade richtig Save seine Ex die Kindergeld will Boah, da hab ich auch schon mal drauf nachgedacht Ob ich irgendwie meinen One-Night-Stand hatte und die geschwängert habe Habt ihr auch solche Gedanken? Nicht? Oh Ich geb euch jetzt ne Weisheit mit Wenn ihr einen Wecker stellt und die Uhrzeit richtig ist, solltet ihr aber im Wecker auch auf andrücken Warte, es müsste, glaub ich, hier mal gleich einen Blitz bekommen Warte, aber noch nicht jetzt Noch nicht jetzt, Freunde Der Blitz kommt noch nicht jetzt, der kommt jetzt Oh mein Gott! Wie hab ich's getimed? Wie hab ich das getimed? Oh mein Gott, ich bin einfach Mario-Gott Wenn mein Sohn und meine Tochter gemobbt wird, Bruder Ich werd n Jahr trainieren Dann komm ich dahin Aber ich seh halt so aus Freunde, da kommen wir so in die Schule rein So! Wer will hier nochmal mobben? Na na, bu 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 Hm, ist halt nicht so upgrade, was ich dachte Da, 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 da. Ne, nicht getasert werden. Okay, nicht, aber nicht, nicht, Digga. Das macht mir auch Angst. Digga. Ja, du hast uns alle verstört, Digga. Ah! Okay, das reicht jetzt aber, ein Taser reicht. Titel 5 Euro, wenn du in den nächsten 5 Minuten kein englisches Wort sagst, ab dann, wann du die Nachricht liest. Okay, ab jetzt. Ähm, die Sache ist halt, was ist, wenn ein Wort in-game ingesch... Naaah! Sexual Professionals, TJ. Woman oder... Ja, ich mach mal, ich mach mal die auf, nur auf Man. Also, Both wär irgendwie ne Lüge. Alter, ich schwitz mir ein kaputt gerade jetzt schon. Hahaha! Kawaii! Hahaha! Hahaha! Mein Kopf war gerade kaputt. Ähm, dürfen wir dich vielleicht mal fesseln? Ja. Oh neee, Digga! Neee! Oh neee! Oh neee, Digga! Kann es sein, dass du Alkoholiker bist? Chad, ich bin... What the fuck? Nein, ich bin kein Alkoholiker. Ich hab das letzte Mal getrunken. Okay, gestern. Iiii! Beim Rülps kam Käse wieder hoch in meinen Mund. Bäh! Iiii! Jetzt hab ich so richtig, richtig warmen Käse in meinem Mund gehabt. Der war schon so in meiner Weisere gefühlt. Beim Rülps kam der wieder in meinen... Bäh! Wollen wir zusammen Sterne schauen? Oh ne, Digga! Ne, finde ich überlau. Ich bin gar kein Fan von Hannah's Secret. Es ist so dieses aufgespielte. Wollen wir zusammen Sterne schauen? Ich kann dir auch einen runterholen. Ah! Komm, komm, komm! Ich will den noch bekommen! Nein! Ich hatte die verwirkten Items für TJs Trash! Ach, Trash, Alter! Ich sag's euch! Schwanz! Hier! Was für TJs Trash, hä? Ach, ich werde es ja überhaupt gebrochen. Ja, Moin! So ist sie zusammen, Freunde. Und so ist sie breit. Oha, was ist das denn? Das hab ich noch nie gemacht, Freunde. Könnt ihr das, Alter? Meine drei Pilze! Oh ne, die kriegt jetzt irgendwo anders. Wir sind so ein krasses Vierer-Trio hier oben, ne? Ich hab gerade Vierer-Trio gesagt. Wenn man ganz schnell Füller sagt, kann man Löffel verstehen. Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-Füller-F Das ist ein sehr sympathisches Bild. Ich erzähle euch jetzt von der weirdesten Angst, die ich in meinem Leben habe. Gerade kam ja Vivian hier rein, in den Chat. Meinte so, ja, hey Tim, mein guter alter Freund. Und ich habe bei Frauennamen manchmal die Angst, dass ich was mit denen hatte und es vergessen habe. Hey, falls dir dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da.